Und los. Stark, beide. Abschluss. Zug, Zug, Zug. Außenrum. Deiner, Jason. Deiner. Ja, schön. Ihn darf ich dir mal vorstellen, das ist der Marco. Der Marco war mal ein Spieler, so einer wie er, wie ihr auch mal werden wollt. Marco hat die Spieler der Bayern München. Was? Oh, da gehen die Augen schon hoch hier. Und ihr werdet heute Marco sehen, dass er immer noch ein guter Fußballer ist. Was machen wir heute? Fußballspiele. Was wir hier jetzt erleben, ist ein ganz besonderer Moment für den SCV Blockdeak. Denn wir haben zu Gast heute das Trainerteam der U23 von Werder Bremen. Konrad Fünfstück und Marco Grimm sind gekommen, um den Jugendtrainern hier beim SCV Blockdeak ein paar Übungen an die Hand zu geben. Viele sind ja ohne Trainerschein, sind Eltern, die sich hier engagieren. Und als Konrad Fünfstück gehört hat, welche Aktion wir hier vom Weserkurier haben, dass wir mit den Jugendlichen arbeiten, hat er gesagt. Da will ich euch unterstützen, da bin ich dabei. Ich mache eine Trainingseinheit mit den Kindern und zeige den Jugendtrainern ein paar Übungen, die sie im Laufe des Jahres dann anwenden können. Bei uns ist Sergio, er ist der Jugendleiter des SCV Blockdeak. Heute ist ein wichtiger Tag für euren Verein Konrad Fünfstück. Was bedeutet euch dieser Besuch des Werder-Trainers? Also für uns als Verein bedeutet das eine sehr gute Erfahrung für den Verein erstmal. Und für uns als Verein ist das eine Ehre für den Verein, dass er bei uns trainieren darf. Das ist wirklich für uns als Verein sehr, sehr wichtig. Die Kinder, als sie davon gehört haben, dass so ein wichtiger Werder-Trainer kommt, wie haben die darauf reagiert? Also die Kinder, die haben sich so gefreut zuerst einmal zu hören, dass ein Werder-Trainer zu uns kommt. Das war für die sozusagen eine große Erfahrung für die Kinder und die haben wirklich sehr, sehr gefreut darüber. Also die waren, die fanden das sehr gut und die waren nervös und die Kinder haben sich wirklich alle vorbereitet. Also es war wirklich, ich musste die Kinder gleichzeitig noch ein bisschen herunternehmen, weil das war wirklich für die Kinder, ein großer Highlight war das für die Kinder. Wir danken die Weser-Kurier, dass das alles möglich gemacht hat und vielen, vielen Dank. Und die eins, und die zwei Und die eins, und die zwei, und die hochwertig, und die eins, und die zwei, und die drei. Und das zweite, was ganz wichtig ist, immer wieder schauen, der Ball ist euer Freund. Ja, sehr gut. Ja, ich glaube einfach, es ist doch für uns eine Selbstverständlichkeit, wenn wir als Profitrainer einen minimalen Beitrag geben können, um den Trainern an der Basis ein bisschen was zu sagen oder ein bisschen zu unterstützen, dass das tun sollten, weil Spitzensport hat die Basis eben im Breitensport, das muss man mal sagen, die Kids, die hier ins Leistungszentrum kommen nach Bremen, die kommen nun mal von kleineren Vereinen größtenteils, aber es ist auch genauso für uns als Cheftrainer von Bundesligamannschaften, U23 Mannschaften, trotzdem auch extrem wichtig, immer wieder auch den Trainern, die hier wirklich tagtäglich ehrenamtlich das zu machen, mit kleinen Hilfestellungen, mit kleinen Tipps so eine Fortbildung mal zu geben, mal ein paar Anregungen zu geben für eigenes Training und ich glaube ganz einfach, da darf sich keiner zu schade sein und deswegen finde ich es eine absolut schöne Geschichte von euch, dass ihr sowas macht für den Amateursport und hoffe, es folgen noch einige Trainer dem Aufruf und geben einen kleinen Beitrag zurück. Ich glaube, es hat sich nicht viel geändert in der Zeit zu früher, ich kann den Jugendlichen oder den Kindern einfach nur sagen, es gehört einfach auch viel Glück dazu, muss man schon sehen, am richtigen Ort zu sein, vielleicht auch mal, wenn ein Trainer da ist, der einen sehen will, auch dann die Leistung abzurufen. Es ist immer wichtig, nicht zu verkrampfen, wo ich gerade den Spielern sage, wenn die dann kurz an der Schwelle stehen zum Profibereich, dass sie sich da nicht irgendwo zu sehr unter Druck setzen, bleib du selbst bei dir, aber die Basis überhaupt, dass du es soweit dann schaffst, ist immer, dass du auch trainierst. Ich meine, von der Playstation und vom Erzählen oder nur vom FIFA gucken, kriegst du nicht diese Fähigkeiten und ich glaube, wer in anderen Sportarten mal guckt, wie viel ein Tennisspieler übt, wie viel ein Schwimmer unterwegs ist oder ein Leichtathlet, der sieht, was für ein Trainingsaufwand dahinter steckt. Und nur, wenn du wirklich tagtäglich auch deinen Traum lebst, dann hast du irgendwann die Chance dazu und das kann ich jedem mitgeben, aber in erster Linie mal Spaß haben, die Schule nicht vernachlässigen, sondern wirklich wissen, das ist das erste Ziel, dass die Schule gut funktioniert und dann solche Angebote eben wie hier bei diesem Verein wahrnehmen, denn die machen auch eine tolle Jugendarbeit. Oh, stark, super, klasse, super gespielt, das war ein toller Angriff, sehr gut.